Mal gucken, ob ich den Verfolger mit dem alten Viergunner-Trick krieg. Die Antwort ist ja. Guten Tag, wir sind wieder auf Navig und ich bin im Halbkettenfahrzeug. Ich weiß nicht, ob da nicht jemand hinten ein Geschütz angehangen hat, aber ich glaube fast nicht. Wir nehmen jetzt mal ein paar Punkte mit. Hinten hängt nichts. Hauptsache unten hängt was. Oder wir nehmen die Punkte nicht mit, weil er durchfällt. Ich bin ausgestiegen. Ich muss eh noch hier Munition holen. Sind wir eigentlich noch das Love Squad? Nein. Bestimmt nicht mehr. Ich habe jetzt nicht extra nochmal nachgeschaut, aber... Weißt du was, ich schau jetzt nach. Ja, ich schau jetzt auch nach. Schade. Denn wir haben vorhin gemerkt... Nein, schade. Oh, da kommt der Flieger. Komm, komm, komm. Yo, da wurde ich auch geschossen, als ich auf den Flieger geschossen habe. Was? Irgendeinem Kack-Sniper. Strafkoller. Ich hole dich trotzdem. Oh Gott, ich mache Bodyblock. Was machst du? Meat Shield Bodyblock. Ich nehme mich vor dich, damit ich die erste Kugel abfange. Das war beeindruckend, Fabi. Heroisch. Ja, das haben wir doch wieder schön gemacht. Ungeachtet des eigenen Lebens. Ich markiere mal die Position-Sniper da hinten. Okay. Okay, von der Brücke irgendwo. Jo. Ja, wir hätten jetzt gerne auch mal wieder mit einem... mit einem tauglichen Squad Operations gespielt. Boah, das ist risky. Aber wir haben leider keinen Server gefunden auf die Schnelle. Und wir sind auch in den letzten Stunden... Delta get down. In den letzten Stunden der Alpha. Und da sind wir jetzt nicht mehr wählerisch. Hauptsache noch ein bisschen spielen, solange es geht. Ach, ich bin ja... Ich bin ja Sturmsoldat, deshalb... gehe ich jetzt mal Richtung Alpha. Hier fährt nämlich gerade ein Panzer. Das ist aber mutig da. Ja, hier kommen sie mir auch gerade alle entgegen. Aber ich will diesen Panzer. Ja, da sind wir getroffen. Wo seid denn ihr eigentlich? Kommt mir einer helfen? Die Brücke bei Delta. Hinter mir. Alert. Oh, Aufgang. Das gibt es nicht. Wo? Ich hätte noch gerade sagen können, Alarm. Alarm. Über die Kleine. Jetzt kling, kling, kling. Eisenbahnbrücke. Will wohl gerade einer kommen, wenn ich das richtig sehe. Alter, ich stuck. Ich stuck an so einer Tonne. Das war so Potato Movement. Hilfe. Guten Tag. Das hat mir körperliche Schmerzen bereitet. Wenn jetzt hier einer nebelt, dann kommt doch jetzt bestimmt gleich ein Sunny, um hier wiederzubeleben. Objektiv Caesar. We are losing it. Ach, du bist das. Über uns sind zwei. Siehst du auf der Minimap? Äh, nee. Wir hocken hier bestimmt wieder in dieser Standard, an dieser Standardstelle. Ja, da ist der eine. Da ist der andere. Vermun ist jetzt alle bei mir bald. Wollen wir den Cover bleiben? Hinten läuft einer. Panzer zieht auf dich. Panzer zieht auf dich. Ich laufe, ich laufe, ich laufe. Ich hätte so gerne einen Bayonet Charge gemacht. Ich umlaufe den Tank. Ach, du bist das. Nein. Ich gehe ins Haus und schaue, ob ich ihn von oben kriege. Ich sehe ihn gar nicht erst. Ich bin wohl schon vorbeigelaufen. Ich habe ihn. Ich denke, nice. Fünf. Vehicle-Hit fünf, weil ich ihn in die schräge Wanne geschossen habe. Ich gebe ihm einen mit. Nein, da ist er da drin. Shit. Ah, der Ganner hat mich genau angeschaut. Jetzt geht er aber. Jetzt geht er hin. Hallo, Griezer. Ich liege auf der anderen Seite. Bitte, helf mir. Ach, der repariert das Ding. Der repariert das Ding. Ich schmeiße eine Granate dahinter. Nein, dahinter. Äh, ihr seid weiter tot. Ja, ich weiß. Ich dachte, du lebst noch. Nee, du bist auch tot. Achso. Einmal mit Profis, ne? Ihr seid doch volle Wurdes. Granate, Granate! Ja, ich rede eigentlich mit dir. Ich dachte, du lebst noch. Oh, bei C. Komm von C, oben von A. Äh, okay. Obst du die Richtung, wo ich gespottet habe? Habe Sichtkontakt. Da ist auch ein Snipper. Äh. Ich habe schon einen Hit. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Ach, da läuft einer. Hab ihn. Hier oben, so, wo ich jetzt bin? Ja, da. Ich habe da gerade einen erschossen. Charlie geht down, ne? Noch ein Snipper in den Tannen hier vorne. Hab ihn. Charlie geht trotzdem down. Der Tank kommt, der Tank kommt. Der Tank ist da. Da. Seht ihr denn? Oh, oh. Habt ihr den, äh, Tüten drüben gesehen im Haus? Uh, er sieht mich. Ach, ob von, ah, ne doch, ist immer noch der. Wir müssen uns, äh, lustige Namen für die Häuser ausdenken. Der ist jetzt auf meiner, in, in, in meinem Haus. In meinem Leichenhaus. Kannst du das weg? Geil, ich habe noch den, oh, ihr seid auch weg. Ich habe noch den Turm von dem Panzer fliegen sehen. Das sah sehr schön aus. So, jetzt sind wir ganz schön bedrängt da. Äh, Foxtrot geht hoch. Also bauen wir da nicht. Hm, hm, hm. Ich bin jetzt auf Echo geformt, weil das so... Ja, ja, das hätte ich jetzt auch vorgeschrieben. Wir haben hier einen Tiger mit bei uns. Dann lasst uns mal das schade Zeug holen. Ich hol mir nochmal Ammo hier an E einmal. Ah, das ist eine sehr gute Idee. Es wird die Zeit kommen, da hat man sich dran gewöhnt, das immer zu machen. Aber so weit ist es noch nicht. Der Zaun hier. Komm, Fabi, der macht das auch noch so richtig professionell. Auf die richtige Seite geht er dann noch. Macht so richtig hier... Da läuft einer Kür. Du läufst ja wohl quer, du. Ich würde jetzt gerne nachschauen, ob mein Ton auch wirklich aufnimmt. Ich habe aber gerade das Gefühl, ich habe meinen Ton nicht angemacht. Ah, hier ist endlich mal Feuer, was man auch sieht. Ah, da steht ein Panzer bei Charlie. Ach ja, das machen wir doch mal gerne. Da, oberhalb von in einem gelben, äh, in einer gelben Ruine. Ach so, wie schnell ging das denn? Ach so. Ach, der hat sich auch geholt? Ja, dieser Worky irgendwas. Oh ja, der, ja, der, ja. Oh, hier kommen wir, ich sehe gerade in meiner, in meinem Deathscreen, kommen hier zehn Mann jetzt Richtung E. Schade. Also, weiter in E, ne? Ja. Da mache ich jetzt nochmal den Muni-Typen. Im MG34. Sehr gut. Das ist ja eigentlich so die Situation, die du haben willst. Ja. Den kann man wirklich so selten demonstrieren. Ich mache mal hier Türen, boah. Machen wir hier Türen zu? Kann man die auch verrammeln? Verrammeln! Ich mache den an. Oh, was? Hast du ihn hoffentlich erledigt, der unten auf der Straße? Wunderbar. Wahrscheinlich nicht. Boah, ich meine, der Sound ist geil, aber trotzdem blöd, dass ich es verloren zu haben. Den hatte ich so klar erkannt. Den Panther? Den, den, äh, Sunny. Ach, da ist der Panzer, okay. Oh, oben in dem Haus, was zur Straße hin offen ist. Das rote, wo oben nur die Dachkante. Panzer, äh, gehittet mit Stuka. 50 Schaden gemacht. Wo ist er jetzt? Wo ist er jetzt? Wo ist er? Ich war es hier einfach mal drauf. Ich bin bei Memphis gespawnt. Warte mal, Trigger diszipliniert. Was glaubst du? Ich hätte schon die ganze Zeit ballern können. Ernsthaft, jetzt fällt die Knoter hinter mir. Achtung! Ich stürze Ernsthaft und hau mich ab. Rennen! Ich versuche mich gerade im, im, im Luftkampf. Hier ist im Warnermiss. Och, Head flitching. Ja, mittlerweile, im Moment geht's ganz gut. Jetzt stoppt noch einfach da unten, genau. Mal gucken, ob ich den, ob ich den Verfolger mit dem alten Viergunner-Trick krieg. Antwort ist, ja. Hier in der Hütte. Ja, ich bin jetzt auspackt, ey. Womit hat der mich ge... Mit Dynamit? Der ist in dem kleinen Pferd gegen den roten Gebäude, wo ich direkt vorliege. Ja, ich weiß. Schau mal, ob ich euch erkennen kann. Links hin, wenn du draufhuckst. Ja, dann kommt der von der anderen Seite der andere. Pass. Warum ist jetzt das Bombe nicht rausgegangen? Scheiß drauf. Bleib mal ein bisschen am Leben. Sehr gut, sehr gut. Aber Charlie, mit Charlie-Tungel sind wir schwer. Ich spawne jetzt mal unten an unserer Base und gehe zu Ende. Du kannst doch bei mir spawnen und ich werfe dich ab, wo du hin willst. Zu spät. So. Mach ich mal. Ich versuche gerade, Ziele zu sehen, aber ich sehe leider nichts. Das bringt halt leider überhaupt nichts. Mal gucken. Ach doch, mit der mittleren Maustaste. Ah ja, okay. Das mache ich immer auf die Daumentaste. Aber für den Moment mache ich es mal so. Memphis hatte die großartige Idee, dass es doch super wäre, wenn man sich zumindest aus dieser Sicht als Pilot selber spotten könnte. So richtig wie früher. Wegen mir mit einem Zielfernrohr oder so. Aber auf so eine Idee kommt halt auch nur der Memphis. Oh, wir werden verfolgen. Ja, unten läuft das. Jetzt bewerfe ich hier schon so einzelne Sniper mit Bomben in der Hoffnung, irgendwas zu reißen. Bravo geht down. Aber eine Bombe habe ich ja, ne? Die Runde läuft gar nicht bei mir. Ne, bei mir auch nicht. Nein! Schieß doch einfach. Was ist das denn? Ich spanne und kriege von dem nächsten Sniper einen Headshot. Ich komme mit dem Waffenwechsel in den Fliegern überhaupt nicht klar. Ich hatte jetzt, ohne zu merken, die Bomben. Oh, die Bomben an. Memphis, ich glaube, wir müssen hier raus. Aber es ist einfach. Es bringt nichts. Revive mich doch, Dude. Oh. Genau bei einem Panzer gelandet. Wie schön. Lenken ab. Oh, zwei sehen mich da noch. Shoot. Ich wurde gerade von dem Typen gekillt, der ist Level 38 in der Alpha. Was? Level 38? 38. Ah ja. Und unser Squadmate ist Level 13. Weiß aber nicht, dass man Squadmates immer reviven kann. Und schön. Ja, der ist... Ärger dich, der Panther. Der 38er ist auch Sniper. Macht wahrscheinlich nichts anderes. Ähm... So, ich wechsle mal auf die Google Ermer. Ich bleib hier oben bei Echo. Achso, na gut. Wenn ihr da unten rumlauft, dann laufe ich da unten natürlich auch mit. Ähm... Gehen wir wohl Delta. Also schön, hau war das Ziel dort. Oh, weil... Oh. Hier kommen sie alle. Hinter dem Kohlehaufen. Ordentlich, was los. Kann ich irgendjemand holen? Ich lieg hier auch noch. Ich bin auf dem Weg. Ich seh dich auf den Atter. Oh, wird close, glaub ich. Oh, nö. Passt. Komm hier, Pyro-Typ. Ich schmeiß den gleich aus dem Squad, wenn er sich weil er so doof verhält. Läuft an mir vorbei. Ja. Das war ja wohl. Ach, ne, bin er. Bin ich gar nicht. Ich bin aus dem Squad, wo kann ich den schmeißen? Warum kann ich den nicht aus meinem Squad? Ach, da war die Anzeige. Äh, nö, nö. Kick. Blup. Na ja, nö. Na ja, nö. Na ja, nö. Delta sieht schon aus. Ich geh mal... Ich geh mal bei Foxtrot raus. Äh, bei Echo raus. Und dann in Richtung Charlie. Wie kann der mich denn... Ich bin doch gar nicht gespawnt. Arsch. Also wir werden jetzt Echo verlieren. Ist der unten bei Delta drin. Der ist, seht ihr an diesem... Rechts von der Brücke, Memphis. Auf der schrägen da. Den killen sie nicht jetzt, haben sie ihn. Du kannst mich holen. Flieg unten. Ja, ich will. Ich lass euch da mal machen, denn wir verlieren gerade Echo. Ach, da ist doch schade. Ja, das läuft gerade einfach nicht. Das ist einfach... Oh, okay. Wir müssen jetzt echt alles über... Über... Flagensimilanz machen. Über Kills oder sonst was. Ich glaube, das tut mir auch nicht gut. Aber es ist auch bei keinem... Ich versuch mal, den Panzer bei A zu knacken. Ach, komm mal. Oder? Ah, nee, das ist die Flak-Fierling, oder? Nee, das ist ein Panzer. Und tschüss. Oh. Headshot vom Panzer. So, ja, nicht, Freund. Ich halte mich mal nicht so an. Hier, komm, lass mich mal wieder wiederbleiben. Ja. Ich bin links von dir, Memphis. Hier, wenn Panzer durch ist, das haben wir voll vergessen. Wir haben wir wirklich voll vergessen. Sticky Dynamite likes you. Aber jetzt könnte ich vielleicht sogar noch gelieft werden. Denn hier läuft noch ein Sunny rum. Jawoll. Alter. Panzer haben wir uns bekommen. Old Cold. Ach, nee. Ah, nochmal. Wieder da. Hallo. Der Momatan ist auch da, aber der Momatan spielt nicht. Jo, hab ihn. Das kann ja auch nicht spielen. Das hatte ich ja noch nie davon abgehalten, das zu tun. Ich versuch das nochmal mit dem Panzer. Diesmal aber auf Fox-Holz. Wo ist denn hier der letzte? Irgendwo auf A ist hier anscheinend jemand. Garantiert irgendwo in irgendeinem Gebüsch. Hallo. Wir setzen euch noch der Hund. Ausruhen könnt ihr euch später. Den Befehl. Und hole derweil. Fox-Holz. Das warst du jetzt, ne? Ja. Ja. Hier explodiert Zeug. Ich weiß aber nicht warum. Hier ist doch jemand markiert. Ich sehe schon wieder keinen Flagg. Nice. Ich glaube, ich gehe zu Delta. Du kannst... Achso, du lebst noch, ne? Ach. Wir gucken, dass der hier nicht einer revivet. Ach. Soldiers. Objective in here has been lost. Ach. Level 38 als Sniper. Ich will mich jetzt über den hier nicht aufregen, aber da... Der hat das Spiel einfach nicht verstanden. Wo kann ich denn? Ich möchte auch hier so... Ja, dann hol doch mal ein Behemoth, Mensch. Bobby, da kommen wir zu dir. Achtung, von oben, von oben. Boah. Boah, da kommt was von... Oh nein, das habe ich auch noch... Bin ich auch noch über die Nachschubbiste gefahren. Ach. Vier Raketen aus allen Richtungen. Da kannst du halt auch einfach nichts machen. Kannste nichts machen. Wenigstens habe ich ihnen jetzt den Nachschub genommen. Oh nein, unser Mate hat schön unsere Position verraten. Genau. Es gibt immer noch ein Panzer im Angebot. Kann doch nichts sein. Ach, ihr Sturmtiger. Versuch das nochmal. Also bislang bin ich mit dem Panzer wirklich vorrangig gestorben, habe ich das Gefühl. Hier, oder meinst du? So grundsätzlich, äh... Nein, klar, da müssen noch die ausgesprochenen Fahrzeugmaps, die kommen ja da noch. Das ist hier schön deutlich eine Infantrie-Map. Aber, also ich muss sagen, ich finde das alles sehr... Sehr angenehm, das Fahrzeug hier am Flamme. Wie baust du das? Sniper mit T-Bomb. Er ist nur am Snipen. Ist da ein Stumpel? Wo sitzt der denn? Irgendwo zwischen C und D auf diesen Bahnhügeln da. Ah, das ist gut. Nämlich da tuckere ich gerade vorbei. Ne, also grundsätzlich finde ich das... Hallo. ...finde ich das auch gut. Mit den, äh... ...dass die Panzer nicht so übermächtig sind. Aber immer, wenn ich Panzer fahre, finde ich das halt scheiße. Bin ich irgendwie auf dem Spot? Ah, ja. Mit fünf, äh... ...hat aufgehört. Woran explodiere ich denn jetzt schon wieder hier? Achso, okay. Sind wir schon voll? Nein. Ne. So, seid ihr in Richtung Charlie unterwegs, zu welch? Ich stehe gerade hinter dir mit der Sniper, aber... Ah, da ist auch noch ein Panzer. Ne, das war nichts. Puh. Fickt jemand eine Flairgasse? Oh, nein. Die ist ja richtig weit. Das ist doch ein Panzer da oben. Äh, warum treffe ich den hier nicht? Wer wird's dann? Äh? Party ist froh. Dann kriegt ihr euren, äh... ...und kriegt ihr euren Spotmeter. Ach, das war mir der Spaß wert. Was wäre... ...warte, ich schmeiß da jemanden aus der Party raus. Ja, komm, mach direkt zwei, jetzt geht's. Das ist schon noch gerade. Äh, äh, öh? Okay. Was ist denn da passiert? So, den kicken wir. Und den kicken wir auch. Ja, jetzt sind zweier Platz. Mach, komm, komm, komm. Sehr schön. Operation ist scheiße. Ja, ich hätt's jetzt gerne nochmal gespielt. Gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Hä? Kommt das denn jetzt hier? Du hast es früher im Spiel als nicht. Du hast es wahrscheinlich auf der SSD, oder? Ja. Glaube ich nicht. Äh, es läuft nicht. Paddo muss das Ding jetzt rumreißen. Oho. Ich sterbe! Das ist so grausam manchmal. Um dich rum stehen zehn Leute. Du denkst, oh gut, die geben mir ja einen Nahbereich. Ja. Läuft da wieder irgendeine Zoll durch. Dingelingelingeling. So, Echo geht down. Ich bin jetzt oberhalb von Echo, auf dem Hügel. Ich bin jetzt oberhalb von Echo, auf dem Hügel. Er ist 60, 50. Ja, zwischen den Häusern ist er immer noch. Hab ihn, hab ihn. Gut. Lass uns mal Moon holen. Mal weiter hier. Das sieht aus wie ein eigener. Irgendwo hier ist aber noch einer. Bleib jetzt hier mal. Da, meine ich, hätte ich eben einen gesehen. Nein. Direkt hinter mir. In dem kleinen Gebäude. Rechts von dir. Direkt rechts in dem Gebäude. Hab ich. Ich darf den Minimal größer stellen. Bist du? Ah, dann bist fertig. Ich kann mich grad nicht umdrehen. Ich bin grad. Ich bin bei D gerade. Hä? Hä? Wo ist das denn hier? Oh, oh, jetzt steh ich auch wieder auf. Hier am, am Spot. Alright. Was? Boah. Durchs Haus durch. Mach mal Armourmold. Könnte ich jetzt eigentlich auch direkt, äh, Richtung Charlie? Boah. Dieser Naio, das ist nicht normal, ne? Ja, 47. Okay, der Sniper. Ja, Zeit ist nun. Wie ist das? Whisky? Äh, das ist vergeben. V1 von denen. JB, wie sie heißt. Wohin? Wahrscheinlich auf, äh, Echo. Oho. Kannst du eine abfeuern? Ne. Oha, nein. Nächste Sekunde ist, äh. Copter Sniper. Wört viel Sekt vor dir? Ne, ich brauch noch, ich brauch noch 10.000. Ich bleib noch ein bisschen am Leben. Ich hab einen daneben gesetzt. Steck mich hier so ein bisschen. 1, 2, 1. Wortspawn. So. Da laufen welche? Äh, Richtung Gleise. Drei Stück. Ah, einer sieht mich. Killt mich natürlich auch. Seid ihr auch da? Einer mehr. Nice. Es sind zwei noch nach rechts weggelaufen. Einen hab ich. Echo, Echo fällt, ne? Ihr habt recht, äh, umdrücken auch noch. Feinde. Ich hab zwei noch den Bahndamm weiter runter. Ne, hier ist noch einer. Den hab ich jetzt endlich auch mal. Durchhalten! Verteidigt das Ziel. Den krieg ich. Nein, die Granate! Das war eh nicht super. Das ist ein Teilchen. Objektive Emilia ist los. Zwei Squad 5 gekriegt. Sie haben das Ziel. Ich lieg im Bahndamm. Äh, achso. Komm mal. Oder irgendwer anders kommt. Denn, ich seh ja Leute. Leute zu Foxtrot, äh, Echo laufen. Du verschwindest hier. Ich steh auch ganz. Ich flieg auch ganz woanders. Ja. Hä? Ich wohne nicht. Ich seh ihn. Das hier. Ja, es ist noch nicht gesund. Keyrack-Frau. Das ist ein Rutsch. Ah. Ah. Geht's dir hin, die Munition. Ne, 24 Schuss hab ich noch. Will mein Echo? Ja. In der Hütte. In der Hütte. Warte du. Fuck. Hab ihn. Mist. Aua. Entschuld' euch. Alle. Nein. Ich hab' geschossen. Objektiv Dora ist ours. Warte Memphis. Juhu. Juhu. Objektiv Caesar ist lost. Ich seh ja schon wieder keine Flaggen. Uuuuuh. Nein, danke. Wird mal noch ein bisschen Stuka-irren. Da fährt ein Panzer. Ach, fahr von rechts. Nice. Der Sniper, äh, der Medik ist da. Äh. Objektiv Werther. Bei Echo oben im Haus. Ja. Hab ich vor der Hütte. Nein, ihr seid Echo angreifen. Warte mal noch 6 Schuss. Juhu. Elf. Oben in der Pack. Ja. Äh. Hab ihn. Hab ihn. Null Schaden gemacht. Oh, scheiße. Die von links kamen. Die hab ich dann nicht mehr. Einen hab ich da noch. Seelal, überhaupt nichts. Ach, jetzt wo ich vorbei bin, hab ich sie gesehen. Toll. Immer der gleiche Scheiß. Ich muss mich mal hier um den Splitfire kümmern. Bomf. Oh, da läuft doch einer. Die Gegner werden halt auch irgendwie zu spät überhaupt erst angezeigt. Also vom Spiel dargestellt. Nein. Ab ihn. Ab ihn. Ab ihn. Ab den Bahndamm. Ab den Bahndamm. Ab den Gleisen rechts. Rechts an der Vierfläche. Ich spotte mal hin, bitte. Da seh ich einen. Und leider links ist auch einer hochgekommen. Und die kommt von überall. B ist verloren. Der ist schon an dem Metall. Komm, 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 komm. B ist verloren? Ja. Okay, seid ihr ganz woanders, als ich gerade dachte. Genau, da in dem Metallhangar. Oh, ein Flak. Gucken, ob ich ähm. Gucken, ob ich ähm. Gucken, ob ich ähm. Gucken, ob ich ähm. Gucken, ob ich nächstes die Flak bekomme. Für Sokats und Charlie durchzugeben. Ja. Ich stürme nochmal los. Hinter uns kommt was hoch. Ich hab tatsächlich einen Flugzeugkill geschafft. Aber ein. D ist unverteidig. Oh, scheiße. Wo waren die? Ja, von Delta ist falsch weg. Oh. Panther kommt, Panther kommt. Liegt dich doch. Richtung. Charlie hier. Richtung Alpha. Mach jetzt Alpha weg. Alleine. Oder auch nicht. Oh, nein. Oh, nein. Gott vom Büße. Hank hat zwei Hits. Closed. Infra hier. Noch ein Hits. Wollte ich nicht rufen. Down hab ich ihn. Infra closed. Zwischen dir und mir. Wow. Nice. Was? Pader, wo hast du jetzt schon 15 kills her, bitte? Oh, keine Ahnung. Ähm. Gefunden. Die haben die Gegnern gefunden. Die haben sie ihm gegeben. Ich hab schon so oft gedacht, dass dieses scheiß weißrote Stoppschild hier oben, dass das ein Gegner ist, ne? Im Augenwinkel. Ja, das stimmt. Ja, wenn du hier die Straße überbommst. Hier oben diese, äh, na nicht die Stoppschild, sondern 30 kmh. Geschwindigkeitsbegrenzung. Äh, da ist ja einer. FZ drauf. FZ drauf, ne? Oh, schräg geschossen. Ja, sind beide markiert auf der Minimap. Guck mal denn da rein. Wie hast du die markiert? Äh, mit, äh, Flair. Bei meiner Leiche direkt in der Hausecke. Direkt jetzt links, Patu, in dem Haus. Fabi draufsteht. Unten in der Ecke. Direkt unter Fabian gerade. Ein Gegner oder was? Achja. Ja. Boah, der ist halt unsichtbar gewesen. Das ist geil. Äh, die Häuser sind auch ein bisschen sehr dunkel. Oh, V1, höre ich. Ja. Von denen. Kommt bestimmt auf Charlie. Jo. Run for your lives. Da ist eh durch. Trotz hin. Ja, kommt noch später. Ja. Das ist ja nicht angehört. Ah. Das ist ja nicht angehört. Das ist ja nicht angehört. Das ist ja nicht angehört. Das kann nicht immer laufen. Nächste Lunde wird besser. Jetzt sind wir ja zu viert. Jetzt wird geregelt. Haben wir jenen hier dabei, den Sniper. Jo. Rocky. Die habe ich gerade noch gekillt. Möchte ich dazu sagen. Ich habe gerade noch gekillt. Wunderfuck. Level 38, ey. Wie man sich so wegkellern kann. Gut. Dann euch vielen Dank fürs Zuschauen. Euch vielen Dank fürs Mitspielen. Und bis zum nächsten Video. Tschüss. 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 Tschüss, schön. Tschüss. 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 Ahja. 萬